Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Gewinnspiel-Video. Wobei, das Video ist klein, aber der Preis ist sogar relativ groß. Denn, ich habe nochmal einen FS2434 ISO-Monitor zu verlosen, weil es ja doch schon ein bisschen fetterer Preis ist. So kurz vor Weihnachten, beziehungsweise heute, wenn das Video kommt, ist ja auch der dritte Advent. Und dementsprechend könnt ihr euch wahrscheinlich dann auch schon denken, was ihr dann wieder machen sollt oder könnt, wenn ihr Lust habt, das Ding zu gewinnen. Darauf gehe ich auch gleich ein. Ganz kurz nochmal eine kleine Vorstellung zu dem FS2434. Ich werde das auch wirklich kurz halten. Ich habe das schon sehr, sehr häufig dem Monitor vorgestellt. Auch Link in der Videobeschreibung, wenn ihr mehr Details dazu haben wollt. Es gibt ein Video, wo ich den sehr, sehr ausführlich vorstelle und da könnt ihr euch auch einfach das Video nochmal angucken. Auf jeden Fall, so dieses Teil habe ich auch bei mir rumstehen. Finde ich vor allem immer noch cool. Weil dieser Rahmen quasi nicht existent ist, was immer noch sehr, sehr cool aussieht. Und dann genauso hier diese Smart-Insight-Technik, wodurch dann, wenn es dunkler ist, wird es heller, etc. Also der hat auch viele, viele coole Features. Auch wenn er schon einige Jahre auf dem Buckel hat, immer noch ein sehr, 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 sehr cooler Monitor. Jo, und dieses gute Stück gibt es zu gewinnen. Und was ich möchte dafür machen, ist jetzt die große Frage. Ich denke mal, der ein oder andere ist mal der Zuschauer kann es sich wahrscheinlich denken. Und zwar steht er sogar schon hier unten. Und so hätte ich gerne von euch ein Adventsgedicht. Wobei, nee, wir legen uns mal wieder nicht auf Gedicht fest, sondern ich hätte einfach von euch gerne ein Adventstext in Reim vor. Aber es muss kein Gedicht sein. Es kann auch gerne wieder ein Rap-Text sein. Ich weiß es nicht. Hauptsache irgendein Text, der sich reimt. Er darf lustig sein. Er darf kreativ sein. Das sowieso. Seid einfach, weiß ich nicht. Lasst eure Gedanken einfach reinlaufen. So, aber bevor das jetzt losgeht, auch ihr ja losschreiben könnt, müssen wir, steht auch extra da, ne, müssen wir noch ein paar Wörter raussuchen. Also ich will auf jeden Fall, dass in dem Text vorkommt, Ayo, FS2434, dann Advent. Und jetzt suchen wir mal noch ein paar Wörter raus. Und ich habe Bock, heute mal richtig viele Wörter rauszusuchen. Wir machen es mal heute ein bisschen interessanter. Rasserei. Ja, nimm mal Rasserei mal mit rein. Das ist gar nicht so schlecht. Müssen wir mal gucken, wie viele Wörter wollen wir denn nehmen. Wahrscheinlich so acht Stück. Wie gesagt, wir machen mal ein bisschen mehr, einfach um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Stern, ja, Stern können wir auch noch. Der Stern passt ja sogar ein bisschen. Okay, warum nicht? Als nächstes haben wir Wurzel. Wurzel werden wir auch mit rein. Ey Leute, wir machen jetzt richtig viel Wurzel. So, Taylor finde ich nicht so cool. Ich kann das, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen schneller machen, oder? So hier, glaube ich. Ah, ne, ich muss hier so hier machen, dann geht es schneller. Duftdrüsen. Duftdrüsen finde ich super. Und Kräfte kann man dann auch gleich noch nehmen. Das war das nächste gewesen. Duftdrüsen. Kräfte. Das wird übelstes Riesengelicht. Akademie. Wir nehmen noch ein Wort, würde ich sagen. Ein Wort nehmen wir noch. Nachbar, oder? Nein, finde ich so gut. Geografie. Nein, finde ich nicht so gut. Komm, jetzt geben wir noch ein Wort. Südwesten. Nein, finde ich irgendwie auch nicht so toll. Torfhaus. Komm, wir nehmen noch Torfhaus. Da bin ich mal gespannt, was ihr mir daraus baut. Also Leute, schreibt mir bitte einen Text, einen Adventstext in Reinform mit folgenden Wörtern. Also, FS2434, Advent, Raserei, Stern, Wurzel, Duftdrüsen, Kräfte, Torfhaus. Ich bin sehr gespannt, was ihr daraus bastelt. Und Teilnahmeschluss ist der 19.12.2017 um 18 Uhr. Das heißt, ihr habt auch jetzt ein bisschen Zeit, euch was zu überlegen. Also zumindest ein, zwei Tage so. Und genauso dann zwei Tage später nach Teilnahmeschluss am 21.12. werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Einerseits auf Facebook, andererseits werde ich demjenigen, der gewonnen hat, eine YouTube-Nachricht schicken. Und achtet deswegen auch unbedingt drauf, das steht auch nochmal in der Videobeschreibung ein bisschen genauer beschrieben, dass euer Kanal-Layout auf YouTube so eingestellt ist, dass ich euch auch wirklich eine Nachricht auf YouTube schicken kann. Sollte das nicht der Fall sein, seid ihr automatisch ausgeschieden. Ich muss euch irgendwie kontaktieren können, damit wir Anschriften und so austauschen, damit das Ding dann auch an den Gewinner rausgehen kann. Und deswegen ist das quasi Voraussetzung, dass ich euch eine YouTube-Nachricht schicken kann. Das ist so die einfachste Lösung, was das angeht. So, steht aber auch alles nochmal ganz genau in der Videobeschreibung drin. Okay, da wünsche ich euch ganz viel kreative Energie zum Advent. Genau so ein baldiges, sehr, sehr, sehr besinnliches Weihnachtsfest. Aber vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal bei Ark App Aration oder bei Forest Village oder so. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel kreative Energie und Erfolg jetzt beim Text in Reinform schreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da von euch so kommt. In diesem Sinne, haut rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.